Herzlich willkommen zu dieser Videoanleitung im Rahmen des Moduls Wissenschaftliches Arbeiten 4.0. Heute möchten wir Ihnen die ersten Schritte zur Einrichtung von CITAVI zeigen. CITAVI können Sie nutzen, um bequem die gesamte Literatur Ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu verwalten. Um CITAVI nutzen zu können, müssen Sie zunächst eine kostenlose Lizenz anfordern. Den Link dazu sowie weitere Hinweise zur Installation von CITAVI finden Sie in der Videobeschreibung. Starten Sie CITAVI durch Doppelklick auf das Symbol auf Ihrem Desktop. Warten Sie, bis der Startbildschirm erscheint. Nun klicken wir auf ein neues Projekt anlegen. Geben Sie anschließend den Namen des Projektes ein. Dies könnte zum Beispiel der Titel Ihrer Hausarbeit sein. Ich gebe Adoption von Mobile Payment ein. Klicken Sie anschließend auf OK. Sie sehen nun die Programmoberfläche von CITAVI. Zunächst sollten Sie einen Zitationsstil auswählen. CITAVI stellt Zehntausende Zitationsstile online bereit. Sie können aber auch den Zitationsstil der HRW verwenden. Öffnen Sie dazu den zweiten Link aus der Videobeschreibung. Melden Sie sich, falls erforderlich, im Portal an und laden Sie anschließend die Datei CITAVI Zitationsstil HRW Fachbereich 2 herunter. Navigieren Sie zu der heruntergeladenen Datei und verschieben diese anschließend in den Ordner Eigene Dokumente CITAVI 5 Custom Citation Styles und hier fügen wir die Datei einfach ein. Anschließend wechseln Sie wieder zu CITAVI. Wir klicken in der oberen Leiste auf Zitation, Zitationsstile und anschließend auf HRW Fachbereich 2. Damit ist CITAVI für die erste Verwendung vorbereitet. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Literatur zu CITAVI hinzufügen können.